Fachmesse zum Hausbau. Mehr als 130 Aussteller präsentieren sich am kommenden Wochenende im Postbahnhof am Ostbahnhof. Auf der Messe Das eigene Haus informiert auch der Bauherrenschutzbund und die Berliner Verbraucherzentrale über den sicheren Weg zu den eigenen vier Wänden. Neben diversen Fachfirmen, die ihre Produkte anbieten, gibt es auch Informationen rund um das Thema Finanzierung und sogar neue Baustoffe werden vorgestellt. Die Messe Das eigene Haus hat Samstag und Sonntag von 11 bis 18 Uhr geöffnet.